Hier wird geritten um den Geldpreis vom Spargelhof Rehm in Heidelberg-Kirchheim sowie um den Ehrenpreis von Karl-Heinz Rehm, Stadtrat der Stadt Heidelberg. Das erste Paar ist bereits in der Bahn, Stefanie Paul vom Reit- und Fahrfeind Altusried mit der 505 Horst-Küms-Quellfiluh. Und nochmal der Hinweis an die Teilnehmer, wir bitten dann um zügiges Ein- und Ausreiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.